Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Vorstellervideo und zwar ist es wieder Freitag, das heißt es ist wieder CD-Time und zwar ist es diesmal wieder von Flair und zwar hat der liebe Flair vor Weihnachten natürlich wieder sich gedacht, ich bringe mal ein Best-of-Album raus, das ganze sind drei CDs, die besten Songs aus seiner gesamten Karriere, das ist sein erstes Best-of-Album und natürlich auch noch ein paar neue Tracks sind drauf und dann werde ich die mal jetzt euch vorstellen. Ja hier seht ihr die Vorderseite, das ganze habe ich bei Mediamarkt gekauft für 19,90 und hier seht ihr die Vorderseite, Flair im Knast und das heißt der Staat gegen Patrick Decker und hier ist die Rückseite, hier seht ihr die ganze Trackliste der Tracks, die auf dem Album drauf sind, plus die Bonus-Tracks, die ihr da oben seht und ja das ganze machen wir mal jetzt auf und gucken mal was sich darin schönes befindet. Ja und das ganze habe ich natürlich für euch mal angeschnitten, um es besser aufzubekommen und dann machen wir das natürlich mal jetzt auf. So, da blitzt uns das Album entgegen, hier ist die Vorderseite wie gesagt und die Rückseite habt ihr ja gerade eben gesehen und dann klappen wir das mal auf. Die erste Seite, oh Flair in Handschellen, Flair mit ernstem Blick, sehr schöne Fotos und hier seht ihr eine Waage, die erste CD und ein Booklet wahrscheinlich, ja, wie es in jeder Zeit CD üblich ist. Oh, hier ist ein Poster, sehe ich gerade, das zeigt wohl Flair im Knast, in einer Zelle. Gucken wir mal. So, ah ok, super, hier seht ihr das, das CD Cover als noch mal kleines Poster, als Schmankel sozusagen. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Das ist die Vorderseite, hier ist nochmal die Rückseite mit Flair und der Übersicht der Lieder der CD. Ja, das dazu. Auf jeden Fall sehr cool. So, die erste CD mit unter anderem Agro Berlin Songs, Carlo Cooks Nuttensongs und damals hat er noch Songs mit Bushido gemacht, der auch bei Agro war und die sind hier drauf. Ist auf jeden Fall ein sehr tolles Best-of Album geworden. Hier sieht die zweite CD mit auch Liedern von seinen ersten Alben, von den Mixtapes und hier ist die dritte CD mit ein paar neuen Songs. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ja, das ist das Ganze hier ausgepackt mit diesem schönen Poster, was ich euch vorhin gezeigt habe, Vorderseite und die Rückseite. Ja, dann unterstützt auf jeden Fall den super tollen Künstler Fair mit Kauf dieses Albums. Hier habt ihr wirklich alles bunt gemischt. Das Beste von Flairs Karriere bis jetzt. Alles wirklich nochmal gemixt, neu aufgelegt und besser denn je. Okay, meine Freunde, dann danke ich euch kurz für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch selber viel Spaß mit dem Album und ja, dann kauft es auf jeden Fall, unterstützt Flair. Er hat es verdient und man macht auf jeden Fall nichts falsch und hat die besten Songs von Flair auf einem Album. Okay, meine Freunde, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Geht in den Handel, unterstützt Flair. Ich würde mich freuen. Ja, und wir sehen uns beim nächsten CD-Vorsteller-Video wieder. Und tschüss. Tschüss.